Ich habe letztes Mal zwei, drei Spiele Tribute gemacht und richtig scheiß Erfahrung damit gemacht. Was war das für ein Spiel? Tribute ist, wo du praktisch drei Flaggen hast und die in deine Altare reinstecken musst. Ach ja, stimmt. Das hatten wir ja einmal zusammengezogen. Boah, da hatten wir so Aids-Team-Aids, das war schlecht. Wobei, wenn wir drei das spielen, dann stelle ich mir das besser vor, aber das war echt ekelhaft, wie kacke die gespielt haben. Aber dann solltet ihr mir diesen Modus dann noch mal ein bisschen... Ja, wir spielen ja nicht. Nee, ja... Letztens spielen wir noch mal Riverford. Ich wollte jetzt schon die Zeile sagen, aber ich glaube, das ist für YouTube nicht so gut. Da hast du recht, Ronald. Ja. Wobei, über meine Videos diese Bots nicht laufen, das machen die nur bei Leuten, die darüber Geld verdienen. Oder ab einer gewissen View-Anzahl, glaube ich. Wobei, das wird ja auch schon oft gehört bei größeren YouTubern. Äh, ja. Rate mal, was die mit ihren YouTube-Videos machen. Geld verdienen. Geld verdienen. Also wenn man Geld verdient, darf man das, ja? Darf man das nicht? Den darf man alles. Ja, aber das weiß ich doch. Bei so größeren habe ich das schon oft gesehen. Ich weiß jetzt nicht. Die damit Geld verdienen. Hm. Hm. Ja, okay. Bei YouTube war... Hm. Moment. Ja, Ego Raptor zum Beispiel. Ach nein, nee. So altes Zeug zählt nicht. Ach so. Da hatten die das noch nicht so. Also das hat sich ja seit, seit etwa ein Jahr oder so, ähm, hat YouTube jetzt praktisch Bots, äh, die im Zweifel, und der Zweifel kann noch so gering sein, die im Zweifel, äh, Videos demonetarisieren, beziehungsweise die so flaggen, dass Leute, die Werbung machen wollen, äh, sehen, dass die Videos irgendwie kacke für die sein könnten. Ja, das, weil da irgendwie mit dieser Al-Qaida-Propaganda oder Werbung vorgeschaltet worden hast, oder wo ist da, oder diese ISIS-Propaganda, ja. Ja, naja, das läuft sich meistens schon darauf, dass irgendwie Schimpfwörter, weil deswegen fucken oder so, das kann auch schon zu viel sein. Ich weiß nicht, ob es damit angefangen hat. Ja, dann lauf halt weg. Tschüss. Die sind so weak auf B, die sind so scheiße weak. Hier war eben Highlander auf C, der hat von mir einmal kurz auf die Schnauze gekriegt und ist da weg gelaufen. Ja, und der hat mich gerade gekillt. Ja. Fühlt, dass ich jetzt geil... Oder ich weiß nicht, ob der mich gekillt hat, aber sein Indicator hat mich gekillt. Weil ich nur gesehen habe... Unblockable. Oh. 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 Wie ist Dina Haylender? Der Gladiator stirbt, wenn niemand den angreift? Okay. Das ist immer meine größte Sorge, wenn jemand am Verbluten ist, dass ein teammate kommt und den angreift, dass er Revenge kriegt und das Verbluten überlebt. Ich komme, ich kann mich mal kurz heilen hier. Oh, wo kommt der her? Ich komme gleich wieder auf B helfen. Kannst du nicht sehr gut. Ja. Pssst. Komm? Was? Ich habe mich schon gehofft. Ich habe mich schon gehofft. Ich habe gerade gesagt, dass wir die emergenen stehen. Ja, wir sind die ziemlich am Stunken. Ich glaube die konzentrieren sich tendenziell zu sehr auf B. ich bin down gleich auf c äh jetzt kommt nichts weiter ja ich bin tot ich bleibe hier der andere ist hier bei mir, der dritte 2 auf c ok dann ist der andere auf a ja wir sind beide low oh c ist fallen? was? ok der low ringer auf a ist executed ich bleib ein bisschen auf a oh ich hab zwei gekillt das ist nur noch der highlander und er kann nicht viel ja ok solange der euch nicht wegrennt ist alles in Ordnung der ist auf c ist der letzte jetzt pfff dann wird hier noch mal eine smoke bomb viel spaß ich kann nochmal aufschlagen das ging ziemlich schnell hm 3 takedowns wobei ich zwei nur mal kurz gestappt habe weil die fast down waren die pandemie und sie wird das ist die die beträgt dann ich glaube ich glaube Ah, das ist nicht gut. Warte, ich nehme uns nochmal raus. Ich habe irgendwie in der Next Match Kacke oben am Ablaufen. Ja, ich auch. Okay, jetzt ist es abgelaufen. Das ist aber schon die ganze Zeit so. Ja, aber jetzt war es erstmal, dass ich das hatte als Partyleader. Ich nehme an, es hätte nichts gemacht, aber ich wollte keine unnötigen Risiken eingehen. So lange dauert es nicht mehr, dann habe ich Nobushi auch auf Rap 5. Ich nehme an, es hätte nichts gemacht. Ich nehme an, es hätte nichts gemacht. Ich nehme an, es hätte nichts gemacht. Das ist mal der, der damit meint. Keine Ahnung. Vielleicht das, dass ihr noch relativ neuer seid, könnte ich mir vorstellen. Was hast du gerade gefragt? So, musst du im User Interface ändern, aber es gibt auch irgendein Hotkey zum ändern. Aber du kannst im User Interface dein Preset praktisch auch ändern. Alter, wie mein Mausrad nicht funktioniert und mich das gerade umbringt. Fuck! Ich kann nicht aus Lock rausgehen. Ach, ich habe es mir auf T gelegt, darum muss ich denken. Weißt du, da bringe ich einen mit einer Heavy um und dann stehe ich da drei Sekunden lang wie ein Idiot in meiner Execution Prompt, weil ich nicht aus dem Lock rausgehen kann. Ja, dann lass die mal drei auf ein. Oh Gott. Okay. Was? Was? Fuck ey. Fuck! Ich habe mich nicht so in die Middle Lane rein pushen lassen. Ich spüre drei auf C. Ja, wir könnten auf A gehen, aber... So. Random wartet scheinbar auf Spawns. Was? Es ist ein Stück weit weg. Wow! Och man ey. Wärst du nicht gestorben? Hätte ich hier wahrscheinlich beide gekriegt. Ja, ich hab's versucht. Zone C is yours. Ja, da geh ich nicht hoch. Ja, ich hab's versucht. Ja, ich hab's versucht. Okay, Spiel. Wie haben die denn bitte schon hier Vorfeeds, ey? Oh, weil er neun Takedowns hat er. What the fuck? Fieden wir alle in den Rhein oder was passiert? Zone C is yours. Bist du das? Ich bin. Ja, bleib mal hier. Okay, weg von denen da. Noch einer kommt ein bisschen zurück. Ich komm helfen, die kommen mit drei Leuten insgesamt. Ich bin tot. Hä, waren wir nicht noch? Ja, wollt grad sagen. Da fehlt doch einer. Alter. Kommt, wenn du respawnst, direkt ein. Ich bin dabei. Oh, bitte. Nein. Hier ist auch noch einer. Ja, ich weiß auch nicht, dass da noch einer rauskommt. Alter. Schon da. Ich bin dabei. Wie geht's? Wo ist der denn? Und der Kansi macht nur Dodge Attacks. Das ist dann da. Du kannst fähnen und den Dodge Attacks nicht. von dem einfach parrying, aber ich habe es zu spät gelernt. Ah fuck, wir breaken ja schon. Alter, ich weiß nicht seit wann, aber Fire Flask drückt seit kurzer Zeit ewig viel Damage. Einer schlimmer als Catapult. Oh ne, wir finden die Sentinel. Oh no. ich bin ich mal wieder war denn ich auch wenn du kennst du von dem wieder kennst du spielst einfach einmal fänden und seine deutsche tag perian gesehen er macht das egal was der für ein indikator sieht der macht sofort deutsche tag und da macht er meistens wenn er wenn er trifft macht am meisten stop light hinterher glaube ich und Ich weiß manchmal nicht, was ihr macht. Ich bin jetzt auf 10. Ich glaube, wir auch nicht. Äh, alle 4 auf mir. Ja. Das hab ich geparried! Oh mein Gott. Zumindest haben wir ihn derzeit A gekriegt. Oh mein Gott. 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 Der Lawbringer kommt immer dazwischen. Oh mein Gott. 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 So mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir 3 geworden? Das ist ein unnützer Revive Ja, für Feeds ist das gut Warum hat mich das getroffen? Das ist ein unnützer Revive Alter... Bitte bringt den jetzt um Ich hab ihn Ich wäre ausgerastet, hätte er jetzt angegriffen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du bist voll reingelaufen. Ich bin da voll reingelaufen. Du bist reingelaufen. Ich benutze übrigens mehr deine Zone. Nur Bushi Zone ist super gut zum Wayfuschen. Du bist voll reingelaufen. Du bist voll reingelaufen. Gut zu wissen. Hätte ich gar nicht auf Zeit spielen müssen. Du bist voll reingelaufen. Du bist voll reingelaufen. 24-7. Ich kann das machen. Ich kann das machen spielen. Eigentlich echt. Ja. Ja. So lernen sie das spielen. Ja. 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 Ich renne sofort auf A und bleib dann da den Rest des Spiels, weil mein Name Chugoki ist und ich eine fette Sau bin Laufen wir auf C direkt, Brumme? Aber erstmal besoffen gegen die Wand laufen Ah, auf der Map funktioniert, bzw. auf Blue passiert das nicht, ich wollte keine Wände sind Wobei ich schon mehrmals geschafft habe, gegen die Scheißsäulen so genau so zu rennen, da ich nicht vorwärts gekommen bin Ich überlege gerade, ob ich auf C nicht besser bin, ich gehe auf C, also nach links Ok, dann gehe ich mit Brumme auf A Wenn ich Lawbringer spiele, wäre ich wahrscheinlich auf Frage gegangen, weil ich Bomben und sowas hätte, aber als Chugoki habe ich nichts Bomber geben auf B, wir sind schon zu zweit auf A Ok, ich habe Worte für Waspitz Das ist aber trotzdem funktioniert. Äh, ja, ich bin nicht mehr allein auf C anscheinend. Ich hab beide umgebracht und C. Also, ich hab beide umgebracht. Ich schwöre! Ich schwöre! Ich schwöre! Ich schwöre! Echt? Ich schwöre! Was ist denn die Anlage? Hör ich euch! Hallo? er möchte nicht mit dir reden was ich nicht verstanden weil das spiel gerade du bist ja gar nicht mit mir fahren wenn es sind willst auf biegen da kommt jetzt noch jemand weil das dann kommt auch zusammen weghauen so far ich bin tot ich habe C in einem eisernen Griff ja ihr könntet auch auf A weitergehen du slayst the minions oh der warden gibt aber nicht auf hat mir das schon zweimal geperfectet wir haben schon wieder gekillt warte brauchen wir warte 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 ich laufe noch nicht hoch jetzt kommen die wixer hier schon zum spawnen ja ja schön nice komm und weiter direkt zu A sind es zwei stück ja jetzt hast du ja was eingefangen ne alter warum geht der Cent von C rund oh unser Cent hat null hören ja ich bin da doch nicht doch nicht ja 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 alter Cent Booster Booster ich bin da ich bin da Jannik ja der Cent fällt scheinbar hier die ganze Zeit auf C abhängig geh mal auf B auf wenn ich die ganze Zeit Hyper Armor gegen die scheiß Creeps verlieren würde Auf A hängen die die ganze Zeit zu dritt rum. Braunberg! 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 Kuckst du da an! Ich kubel dich dann! Diese Hure, mann! So, auf der Grund auf C. Ich bin nicht auf C, ich wurde von unserem Cent darunter gedrängt. Oh, er wird den 100%ig auf C töten. Geil, Leute. Ich bin nicht auf C, ich bin nicht auf C. Wenn wir jetzt verlieren, schiebe ich alles auf den Cent. Keines damit. Bleib zusammen, ich komm rüber. Einen haben wir gekillt. Wer von uns rennt gerade weg? Unser Cent, ne? Hm. Aber klar. Der andere hängt auf B-Masse, ne? Oh, fuck me. Oh, dieses... Rumgefainte von dieser... Alter, wer ist der Peacekeeper? Und warum? Warte! Nicht, 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 nicht! Zuerst rennt es an mir vorbei, wo ich gegarbrackt werde. Wir brauchen ein A nicht mehr, ne? Wo ist der letzte? Können wir Leichen campen? Kommt hier zu mir, glaube ich. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn. Gut. Gut, dass er keine Revenge anmachen kann während er im Griff ist. Aber ich musste fünfmal dodge und b- bevor ich hinter Braumbär... Äh... Äh... bevor ich am Braumbär vorbei kam. weiß ich unser teammate ist entweder neu oder nicht allzu klug kommt bei mir auf c und bei mir kam die ganze zeit wurden an ich habe diesen worten zwei oder dreimal hintereinander geperfekte das heißt er hat mich noch nicht mal angegriffen und da kommt der an mit cent und der worden kommt an und dann laufe ich auf den auf den worten zu von wegen der worden rennt vor uns weg ich gucke nach hinten steht nicht mehr auf den punkt drauf ist nicht am boosten gehe ich zurück und geboosten kommt sind zurück und will auch boosten so von wegen der wollte nicht allein gegen worden kämpfen aber wenn ich auf dem worten zugegangen bin wollte ständig mitmachen wahrscheinlich so ein typischer genka magst du es nicht aber mit dem dings von dem menschen überhaupt nicht klar gekommen dass ständig und blockables gefäntet und dann von oben links wusste ich überhaupt gar nicht mehr oder was ja und dem bin ich echt nicht klar gekommen ja man muss man muss ein bisschen gucken dass man verhindert dass er in seine unblockable reinkommt die sache ist die unblockable die kann er erst machen wenn er vorher zwei zwei sachen vorher gemacht hat aber diese zwei sachen können alles mögliche gewesen sein ja dann meistens gedodged leid und dann wer ist eine deutsche w machen sehr viele cancer ich sehe ich die fallen super drauf ein wenn du einfach nur feinnt ist dann machen die ihre deutsche wieder kannst du kannst du die peri und als cent kannst du dann sogar selber eine heavy hinterher setzen muss nur aufpassen das muss mit deinem punch ist wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein weil die aus einer heavy raus dann wieder dodge heavy können und dann an deinem punch vorbeikommen ist wie oft dieses das das jthere das das j Bin fort! Was? Ich habe guard-braked! Verfickte Scheiße, Mann! Ja, Mann! Zen stirbt Obushi stirbt, staunt Ok Ah, mach du schon Oh, die sind zu zweit auf Zell Ich brauche Hilfe Ja, ich bin wieder down, weil die Uhren mich da runtergebracht haben Ich kann nichts anderes sagen Oh Ich komme so direkt auf Zell Pushe nach B durch und dann gucke ich, ob ich auch noch Oh shit So Du Hund Was? 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 Ich hab mir hinterher geshopst Danke Was denn? Ja, war richtig Weil die blöde Fotze mich zum dritten Mal da runtergeworfen hat Ich will jetzt nichts sagen, aber beim dritten Mal sollst du vielleicht nicht mehr so lange an die Löcher gehen So nah an die Löcher gehen Ja Zwei bei mir, okay Ich komme, ah ne ihr seid auch zwei, dann pushe ich lieber weiter B durch Ja Ja Ja, ich komme Alter Der verlootet Ja, wo ist das? Chimshaw Alter, okay, der macht... Der benutzt ihm gerne Vollblock Der benutzt ihm gerne Vollblock Okay Ja, so bist du down Von jetzt Oh Ups Im Kontinent ... ... ... ... ... ... ... ... ... Danke. Noch einer hier? Oh Gott, der ist schwer. Ich weiß das der Warlord ist, der macht immer Fullblock und dann Heavy. Einfach feint und dann parry ihn. Knie nieder Schlampe. Hehehe. Du bleibst auf C? Ja. Die letzten zwei sind auf A. Okay. Und super weak. Ey, keiner gestorben. Ändern wir gerade doch. Hm. Man muss schon ein Mega-Songty sein, dass man vor dem Endscreen weggeht. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob man dann noch Experience und Horace bekommt. So, ich bin mal raus. Ja. 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 Und dann. Ja. Ja. Ja.